Was ist eine mögliche ästhetische Form, wie ich versucht habe, das hier in dieser Ausstellung in Relationalität zu bringen, kann sich aus verschiedenen Fragmenten zusammensetzen. Das kann sein, wie es an der ersten Seite des Raumes ist, ein Begriff, ein Wort, das in eine Vorstellung übersetzt werden muss. Diese Paradoxie, dass es eine bestimmte Ambivalenz auslöst, weil das Wort Wand selbst auf der Wand als Träger steht und eine Aufforderung darstellt, Think Wall sozusagen aus einer konkreten Aufforderung, aus einem konkreten Begriff eine Übersetzung in eine Visualität zu leisten. Und darum geht es im ersten Teil dieser Ausstellung aus einer begrifflichen Form, aus einer wortsprachlichen Form, eine Abstraktion herzustellen. Aber das ist ein klassisch-konzeptionelles Problem, bei dem ich es nicht belassen wollte, sondern dem steht gegenüber auch eine bestimmte materiale Form, die in einer überdimensionierten Form im Raum der Architektur hier platziert ist und die den Raum vielleicht in eine Spannung, in eine Irritation oder in eine andere Form der Versprachlichung bringt oder der Übersetzung und daneben an diesem bühnenhaften Element, an diesem großen Fragment gibt es die Spur eines Gestus, einen weiteren Baustein, der wieder auffordert, die sozusagen die Übersetzungsleistung, die sprachliche Zuordnung noch etwas anderes hineinzutragen, nämlich in den der malerischen Abstraktion oder in den des Gestus. Also jetzt sind drei so Fragmente oder Bausteine in Beziehung. Und dann gibt es noch in dem hinteren Teil der Ausstellung einen vierten Teil, der komplett anders funktioniert oder gegensätzlich zum ersten, nämlich, dass aus diesem kleinen weißen Objekt, dass jede Zuordnung oder jede eindeutige Zuordnung unterläuft. Es ist nicht möglich, eine eindeutige visuelle Zuordnung zu diesem rein abstrakten Objekt zu leisten. Und dieses Objekt läuft gegenteilig. Es ist nämlich in der Abstraktion nicht fixiert und fordert sozusagen, als Gegensatz zum ersten begrifflichen Teil auf, eine Vorstellung auszubilden oder eine Versprachlichung zu leisten, die aber dem Objekt gegenüber nicht einholbar ist, weil es sich in einem komplett abstrakten Raum bewegt. Und aus diesen vier Fragmenten, die sich so über eine bestimmte Ideologie oder Anordnung der Konzeptkunst hinwegsetzen, in diesem ambivalenten Raum manövriert, irgendeine Bewegung sehr reduziert und einfach, die aber eine Relationalität erzeugt, die ständig irgendwie in einer Offenheit, glaube ich, zu schwingen beginnt und nicht mehr festzumachen ist. Und das Modell hat mich an dieser Ausstellung besonders interessiert. Und das Modell. Wir haben den temen Weltfall. Und das Modell hopen. Und das Modell.